Hallihallo und wieder mal Grüße aus meinem Proberaum. Ich bin zurück, mein Drumset ist wieder etwas anders aufgebaut. Ich hoffe ihr hattet ein schönes Wochenende. Am Freitag war ich ja nicht hier, es gab nur ein Video vom Sofa. Gestern gab es ein Video aus den Groundlift Studios, da habe ich aufgenommen. War wieder mal schön ein bisschen woanders Musik zu machen. Wieder zurück, vorhin noch aus dem Wohnzimmer der Familie Reichmann mit Unplugged Advents Special mit meinen Eltern. Ich hoffe ihr habt es gesehen. Euch auf jeden Fall auch noch einen schönen zweiten Advent. Ich spiele euch heute ein bisschen was vor, ein bisschen Grooves und Fills und ein Fill, den ich öfter spielen werde, ist inspiriert oder habe mich geklaut von Tony Williams. Viel Spaß! Auf Wiedersehen! 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.